Hallo, ich bin Emea De Luca und Du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Julia Lutschani. Hallo Lulia, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, ja genau, also ich heiße Julia Lutschani, ich komme eigentlich aus München, bin in München geboren, in Rosenheim aufgewachsen bis zu meinem zwölften Lebensjahr und dann sind wir in die Niederlande ausgewandert. Das heißt, ich bin so ein halb holländisches Kind quasi, also mit deutschen Eltern, aber genau, habe dann da Schule fertig gemacht und bin wieder zurückgekehrt nach Bayern zum Studieren und dort auch geblieben. Das heißt, ich lebe jetzt im Moment mit meiner Familie, das heißt mit meinem italienischen Mann und meiner kleinen Tochter im Münchner Süden. Das hört sich ja richtig spannend an, ein spannendes Leben, eine spannende Kindheit. Toll. Ja, also ich muss sagen, als meine Eltern mir gesagt haben, wir ziehen weg in die Niederlande, dann ist für mich die Welt erstmal untergegangen, wenn man da so zwölf Jahre alt ist und am Gymnasium eingebettet und dann hört sich das alles nicht so lustig an. Aber ich muss sagen, in einem halben Jahr hat mir Holland so gut gefallen und auch die neue Schule so gut gefallen, dass ich das letztendlich als ganz tolle Erfahrung mitgenommen habe und extrem dankbar bin, dass ich das erleben durfte. Also ja, war wirklich wunderbar. Sprichst du denn auch holländisch? Ich spreche auch holländisch, ja. Also hier komme ich leider nicht oft dazu, weil mir so viele Holländer nicht über den Weg laufen, aber theoretisch ja. Magst du mal was auf holländisch sagen? Das heißt, ich bin Julia Luciani und ich schreibe Bücher für Kinder. Ja, super. Jetzt hätten wir eigentlich auch auf holländisch die Folge aufnehmen können. Vielleicht machen wir das ja mal. Ja, genau. Dann kann ich wieder üben. Das wäre super. Ja, wirklich. Ja, können wir gerne machen. Da freue ich mich drauf. Ja, jetzt verrat uns mal, welches Buch du heute mitgebracht hast. Also das Buch heißt Piwi Pavo in Südafrika. Es ist der dritte Teil einer Serie, die sich aber auch unabhängig voneinander lesen lassen und verstanden werden können. Das erste Buch war ein Buch mit neun kurzen Geschichten über den kleinen Pinguin Piwi Pavo, der in der Antarktis lebt und dort mit seinem besten Freund Bertram, dem Albatros, lauter ganz tolle, wunderbare Abenteuer erlebt. Und das zweite Buch war eben schon eine ganze Geschichte. Piwi Pavo und die geheimnisvolle Höhle. Und an diesen zweiten Teil reiht sich jetzt eben dieser dritte Teil an, Piwi Pavo in Südafrika. Und da geht es auch wieder um ein ganz großes Abenteuer und es ist ganz spannend. Ja, es hört sich spannend an. Nachher stelle ich dir noch ganz viele Fragen dazu. Aber jetzt bin ich erstmal auf deine Lesung gespannt. Okay. Piwi Pavo in Südafrika. Es war ein sonniger Tag in der Antarktis, einem kalten Ort ganz weit weg von uns, als Piwi Pavo und sein bester Freund Bertram, der Albatros, beschlossen, Piwi Pavos Onkel Carlos zu besuchen. Piwi Pavo, Bertram, hier, nehmt euch noch diese Fischbrötchen mit, rief Piwi Pavos Mama und übergab Piwi Pavo zwei ihrer köstlichen Brötchen. Hurra, jetzt kann es losgehen, rief dieser freudig. Piwi Pavo, nimm die Holzkiste mit, die du gefunden hast. Onkel Carlos kann sie bestimmt öffnen, meinte Bertram und blinzelte. Oh ja, gute Idee, antwortete Piwi Pavo. Die geheimnisvolle, verschlossene Kiste hatten Bertram und er bei einem ihrer letzten Abenteuer entdeckt und mit zu Piwi Pavo nach Hause genommen. Piwi Pavo packte diese in seinen Rucksack und schon konnte es losgehen. Onkel Carlos wohnte nicht weit weg von Piwi Pavo und als sie bei seinem Iglu ankamen, klingelten sie an der Glocke, die außen an der Tür angebracht war. Klingeling! Ja, hallo Kinder, das ist ja toll, dass ihr mich besuchen kommt. Kommt herein, rief Onkel Carlos vergnügt. Es war ein windiger Tag und als Piwi Pavo durch Onkel Carlos Fenster blickte, konnte er ein silbernes großes Etwas erkennen, welches unweit von Carlos Haus im Schnee stand. Onkel Carlos, was ist das? fragte er erstaunt. Das ist ein Flugzeug. Damit können die Menschen fliegen. In diesem sind Wissenschaftler aus Südafrika. Die kommen regelmäßig in die Antarktis, um hier zu forschen. Und woher weißt du das alles, Onkel Carlos? riefen Piwi Pavo und Bertram gleichzeitig voller Neugier und begannen zu lachen. Naja, die landen hier immer in der Nähe. Da habe ich mir das Ganze mal angeschaut, als gerade keine Menschen in der Nähe waren, antwortete dieser geheimnisvoll. Er ging zu einem Schrank und kramte darin herum. Guckt mal, hier ist eine Weltkarte. Da ist Südafrika. Aber das ist gar nicht so weit weg von uns, meinte Piwi Pavo erstaunt. Circa 5000 Kilometer, antwortete Onkel Carlos. Wobei ein Flugzeug 800 bis 950 Kilometer pro Stunde fliegt. Doch jetzt wollten wir uns noch etwas anderem widmen, nicht wahr? meinte er vielsagend und lächelte. Piwi Pavo nickte freudig und drückte Onkel Carlos die geheimnisvolle verschlossene Holzkiste in die Hand. Denkst du, du kannst sie öffnen? fragte Bertram aufgeregt. Aber natürlich, wir brauchen nur das richtige Werkzeug, meinte Onkel Carlos und kramte mal hier und mal da und zog plötzlich, schwupps, eine kleine Zange hervor. Damit müsste es klappen, sagte er und begann das Schloss der Kiste zu knacken. Kinder, seid ihr bereit zu sehen, was sich in der Kiste befindet? meinte er, während Piwi Pavo und Bertram begeistert. Ja, hurra, rief er. Langsam öffnete Carlos die Kiste und was sich darin befand, ließ alle staunen. Es war eine rätselhafte Muschel. Hm, meinte Onkel Carlos grübelnd. Das ist eine Muschel aus Südafrika. Die gibt es nur dort, das habe ich gelesen. Da ist noch ein Stück Papier unter der Muschel, rief Piwi Pavo aufgeregt. Tatsächlich, sagte Onkel Carlos und öffnete das gefalzte Blatt Papier. Eine Karte. Eine Schatzkarte, rief Bertram begeistert. Sieht so aus, aber ich verstehe sie nicht. Es sieht aus wie ein Sternbild aus Zahlen und Buchstaben. Was ist ein Sternbild, wollte Piwi Pavo wissen. Das ist eine Gruppe von Sternen am Himmel, die eine Figur darstellen, antwortete Onkel Carlos nachdenklich. Ich habe das Gefühl, wir können im Flugzeug der Menschen mehr Hinweise finden, was es mit dieser Karte auf sich hat. Aber wir müssen ganz vorsichtig sein. Hurra, ein neues Abenteuer, rief Piwi Pavo und sie liefen los. Kinder, jetzt müsst ihr ganz leise sein und hier warten, flüsterte Onkel Carlos, als sie sich langsam dem Flugzeug und seiner offenen Laderaumtür näherten. Ich gehe rein und schaue, ob keine Menschen in der Nähe sind. Weit und breit, niemand zu sehen, rief er nach schier endlosen Minuten zufrieden und winkte Piwi Pavo und Bertram aus dem Innenraum des Flugzeugs zu sich. Oh, so viele Kisten, meinte Piwi Pavo erstaunt. Was mag da wohl drin sein? Na, ich zum Beispiel, rief eine Stimme frech und die drei erschraken fürchterlich. Doch was da aus einer der Kisten hervorkroch, ließ sie lachen. Hey, dich kenne ich aus meinem Tierlexikon, du bist eine Maus, rief Piwi Pavo. Oskar, mein Name, habe die Ehre, meinte die Maus und verbeugte sich würdevoll. Was machst du denn in diesem Flugzeug, rief Piwi Pavo voller Neugier. Na, etwas Urlaub, ist doch klar, antwortete Oskar. Ursprünglich bin ich Österreicher, aber ich fliege eben gerne und so hüpfe ich einfach in allerlei Flieger und fliege um die Welt. Kannst du uns vielleicht helfen? Wir haben eine Schatzkarte mit einem Sternbild gefunden und können sie nicht deuten, meinte Bertram. Hier gibt es jede Menge Karten, guckt mal da drüben, antwortete Oskar. Piwi Pavo öffnete behutsam die Kiste. Lauter Papierkram, stellte Bertram, der neben ihm stand, fest. Guck mal, Piwi, das ist doch eine Karte mit Sternen, meinte er plötzlich und zog die Karte aus der Box. Ja, rief Pi Pavo freudig, jetzt müssen wir sie nur noch mit unserer Karte vergleichen. Er legte beide Karten nebeneinander aufgefaltet auf den Boden. Guck mal, da ist ein Sternbild, das so aussieht wie unseres. Es heißt Delfin. Aber, aber, auf unserem Bild ist in der Mitte noch ein weiterer Stern zu sehen. Einen, den es lauter Karten der Menschen gar nicht gibt, meinte Piwi Pavo erstaunt. Um diesen Stern muss ich also das Geheimnis des Schatzes drehen, stellte Onkel Carlos fest. Rums macht es plötzlich und die Laderaumtour schloss sich. Oh nein, was machen wir jetzt? Wir sind eingesperrt, rief Piwi Pavo angstvoll. Keine Sorge, es gibt dir noch den guten alten Onkel Carlos, der auf euch aufpasst. Piwi, schreib deiner Mama eine Nachricht auf deinem Handy und versteckt euch. Auf geht's nach Südafrika, meinte Onkel Carlos schmunzelnd. Das war's. Eine süße Geschichte. Aber erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben und dann noch über einen Pinguin? Also, die Idee zu dem Pinguin, die hatte ich bereits in meiner Kindheit. Den habe ich nämlich erfunden für meine kleine Schwester, Piwi Pavo, inklusive Titelmelodie. Also, und meine Schwester hat, das haben die Geschichten so gut gefallen, dass ich sogar eine Kassette für sie damals aufgenommen habe. Und deswegen, das war von vornherein klar, wenn ich anfange zu schreiben, und das sollte ja dann so 30 weitere Jahre dauern, bis ich diesen Schritt gemacht habe, dann wird es über den Pinguin sein und werden es die Geschichten über den Pinguin, Piwi Pavo sein, über die ich schreibe. Und es hat sich dann eben die Gelegenheit ergeben, da ich gekündigt worden bin und mir dann halt überlegt habe, ja, was machst du jetzt? Und dann dachte ich mir, ja, also wenn du jetzt nicht, es war auch Corona, und wenn du jetzt nicht anfängst zu schreiben, dann machst du das in deinem Leben nicht mehr. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe das erste Buch mit den Geschichten für die ganz kleinen Kinder, habe ich eben aufgeschrieben. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört einfach. Und in dem Buch war ja jetzt auch noch ein Albatross. Genau, also der Piwi Pavo, der hat einen besten Freund, das ist der Beatram, das ist der Albatross. Und jetzt in dieser Geschichte ist eben noch Onkel Carlos dabei, das ist auch eine neue Figur quasi. Der wird dann eben in der Fortsetzung dann auch nochmal dabei sein. Ja, da bin ich schon gespannt. Für welches Vorlesealter ist denn dein Buch gedacht? Also das hier ist jetzt für Kinder ab 5 plus Jahren. Also das erste wäre eben 3 plus Jahre, das zweite auch 5 plus und das eben auch 5 plus Jahre. Und zum Selberlesen? Genau, auch zum Selberlesen. Also das ist wirklich von den Buchstaben her groß geschrieben und auch für Erstleser gut geeignet. Das ist ja hervorragend. Ja, also das war mir auch wichtig. Das ist ja auch was Besonderes, wenn man so die ersten Bücher selber lesen darf. Wenn das dann auch eben eine besonders schöne Geschichte ist. Ich glaube, sie ist mir gut gelungen. Also ich fand die jetzt total schön. Also mir hat sie gefallen. Dankeschön. Ja, es wird noch viel spannender. Ich darf ja nichts sagen, aber es wird noch ganz, ganz spannend. Es wird noch das Thema Halloween aufkommen. Und ja, die werden noch in Südafrika dann noch ein ganz, ganz großes Abenteuer erleben. Jetzt bin ich sehr neugierig. Aber ich verstehe, dass du nichts verraten darfst. Was begeistert dich denn am meisten daran, Kinderbuchautorin zu sein? Also ich begeistert eigentlich am meisten, dass ich das von Herzen gerne mache. Also meine Motivation ist einfach, Kinder glücklich zu machen. Und jedes Mal, wenn ich irgendein positives Feedback bekomme, was ich wirklich schon oft bekommen habe, freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr einfach, dass es bei den Kindern so gut ankommt. Und das wirklich, also wenn man da nur ein Kind auch nur noch ein kleines bisschen glücklicher machen kann als sonst, dann habe ich, glaube ich, alles erreicht, was ich persönlich irgendwie erreichen möchte. Und das ist einfach toll, toll zu lesen und zu sehen. Und es gab auch zum Beispiel auf Instagram mal eine Mama, die bei einem Gewinnspiel von Ravensburger, da war dann eben die Frage, was ist das Lieblingsbuch des Kindes? Und die hat dann geantwortet eben, ja, Pivi Pa, wo ist das Lieblingsbuch? Und da war ich natürlich super stolz. Also das ist einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes. Da gibt es zigtausend Bücher, auch aus dem Verlag. Und das war aber nicht so, sondern es war der Pivi Pa, wo. Und das ist natürlich, ja, da geht einem wirklich das Herz auf, also, ja. Ja, das glaube ich. Und das ist eigentlich, das ist das, wofür ich glaube, die meisten Autoren werden aus dieser Motivation heraus handeln. Also besonders bei Kinderbüchern, das ist einfach so, du willst die Leser glücklich machen. Also das ist eigentlich das. Genau. Ja, das ist total schön, sowas zu hören. Hast du einen Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann? Also ich denke, ich denke ja, dass Kinder natürlicherweise, die wachsen auch und haben Interesse an allem. Die kennen noch nichts und sind neugierig gegenüber allen tollen Dingen in dieser Welt. Und deswegen denke ich, es ist wichtig, dass man da auf jeden Fall zu Hause auch Bücher rumliegen hat. Und auch Kinderbücher ziemlich schnell, dass die einfach, wenn die da dran vorbeilaufen, wirklich die Bücher in die Hand nehmen und da schon mal reingucken. Selbst wenn die jetzt noch nicht groß irgendwie das verstehen oder sie können ja dann schon die Bilder anschauen und so. Also meine Tochter war von Anfang an buchbegeistert und hat, also wir haben jetzt zig Bücher zu Hause schon, zig Kinderbücher und es werden immer mehr. Ja, und sie sucht sich dann immer eins aus für den Abend zum Lesen. Aber das Interesse war einfach von vornherein gegeben, weil Bücher da waren, weil sie eben bunte Bilder anschauen konnte. Ich habe ihr dann erklärt und ich habe ihr das dann am Anfang in einfacheren Worten erklärt. Jetzt mittlerweile kann ich schon fast anfangen zu lesen, jetzt ist sie dreieinhalb Jahre alt und muss ihr das nicht mehr so genau erklären. Und ja, das ist was ganz Tolles, das zu fördern. Also ich glaube, wenn man da dran bleibt auch und klar gibt es immer noch den Fernseher und der ist natürlich auch sehr interessant und irgendwelche Tablets oder so. Aber ich glaube, das geht auch parallel. Also meine Tochter fernsieht auch liebend gerne, aber das heißt nicht, dass sie sich nicht irgendwie ein Buch anschauen würde. Wo können wir dich denn bei Social Media finden? Also ihr findet mich auf Instagram, da heiße ich pivipavo auch. Auf Facebook bin ich auch. Das ist die Adresse, glaube ich, pivipavo.3, wenn mich nicht alles täuscht. Also heiße ich auch pivipavo. Zu viele gibt es da ja auch nicht. Und dann bin ich auch noch auf YouTube und stelle eben meine Bücher vor dort. Also es gibt unter anderem ein animiertes Video in Deutsch und in Englisch zum ersten Buch. Also wirklich mit ganz süßen Comics. Alles von meiner wunderbaren Illustratorin Sabrina Kuhls gemalt. Und die den pivipavo wirklich einfach so liebevoll umgesetzt hat. Also ich habe die ersten Skizzen gesehen und dachte mir, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und deswegen ist es wirklich ganz, ganz, ganz toll geworden. Und es sind sehr süße Videos geworden. Und außerhalb dieser Videos gibt es eben von mir alle paar Wochen so eine Vorstellung von drei bis fünf, neun schönen Kinderbüchern. Die ich da präsentiere auf YouTube, auch auf Instagram. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie das Abenteuer weitergeht. Wo können wir denn jetzt das Buch kaufen? Also das Buch kann über Amazon gekauft werden ausschließlich. Als Taschenbuch oder E-Book? Genau, das ist ein Taschenbuch. Ja, das ist ein Taschenbuch. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch so gebundene Varianten. Aber da fehlen, also das ist für dickere Bücher. Also das ist ein Taschenbuch, genau. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen kleinen und großen Lesern? Ich wünsche mir einfach, dass sie eine ganz, ganz schöne Zeit haben mit dem Buch. Ich freue mich immer sehr, wenn ich irgendwas höre, auch vom Glück und von der Freude. Und das ist eigentlich alles. Es ist ein ganz einfacher Wunsch. Also, dass sie einfach, die Kinder und Erwachsenen, eine ganz schöne, tolle Zeit haben. Und da auch ihre Fantasie irgendwie angeregt wird und sich entwickelt. Und genau, durch eins von diesen Büchern. Sehr schön. Ja, wir sind am Ende. Schade. Es ist so ein süßes Buch. Ich hoffe, du kommst wieder mit einem weiteren Buch. Ich würde mich sehr freuen. Du bist herzlich eingeladen. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, danke auch. Vielen Dank, Emilia. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.